Hallihallo, Hallöchen, liebe Rambazamba-TV-Freunde. Wie immer, Feierabend in Bad Gandersheim. Wir haben gerade Schluss gemacht hier, kurz nach 7 Uhr, 19 Uhr. Feierabend in Bad Gandersheim. Guck, keine Sau mehr da. Können wir mal ausräumen. Außer Pferdi und ich. Jeder hat doch schon mal so einen Kindheitstrauen gehabt, alleine im Kaufhaus und ich stecke mir alles ein. Das ist ja schon alles mir. Egal. Herzlich willkommen beim Videodeal. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben einen neuen Videodeal. Pferdi war im Urlaub, das miese Stück und hat uns alleine gelassen die ganze Zeit und hat kein schlechtes Gewissen gehabt. Aber macht ja auch nichts. Er hat sich verdient. Acht Tage mal frei, darf man ja auch mal über Ostern, oder? Na klar. Ja, fand ich nicht so gut, aber acht Tage am Stück ist der Hammer. Acht Tage am Stück frei, Alter. Ja, ist der Hammer. Ich sag mal, so wie die arbeiten, mach ich keinen Urlaub. Aber egal. So, Videodeal. Jetzt haben wir genug gequatscht. Wir haben heute was richtig Gutes. Nämlich ein, guck mal, LED-Leuchte hier. Zum Einbauen in den Schrank, unter die Küche, die Unterküchenbeleuchtung, Hintermöbel, Inschränke, Hinterfernseher. Man kann das hinmachen, wo man will. Sternenhimmel. Sternenhimmel kann man machen, ja. Man kann das nämlich richtig schön flach einbauen. Das sind fünf solche LED-Leuchten komplett zusammen. Guck mal, so sieht's aus. Energieeffizienz haben wir auch. Nämlich D. Energieeffizienz D. Ganz wichtig. Posten wir auch unten nochmal. Komm her. Hier haben wir eins ausgepackt. So sieht's aus. Guck mal. Das kann man nämlich hier easy, locker, ganz entspannt zusammenstecken. Und kann nämlich immer nochmal eins dran machen. Bis zu fünf Stück. Und so sehen die aus. Guck mal, hier sieht man es. Einfach Schraube rechts, links dran. Und dann sieht das nämlich richtig cool aus. Guck mal, wenn du so von unten, kannst du gucken. So genau, wenn man das nämlich so festraubt. Ist doch cool, oder? Hier so mit diesen Haken. Da kann man es nämlich einfach festschrauben. Und nochmal. LED. Ich mach nochmal an. So. So sieht's aus. Warmlicht LED. Und das macht richtig hell. Wenn man so fünf Stück in der Küche unten hat. Richtig schön Warmlicht. Richtig schönes Warmlicht. Kann man alles mitmachen. Alles mit beleuchten. Ums Bett unten rum. Hintern Schrank. Richtig schön. Man kann das ganze Stecker fertig erwirbt man das. Man kann, wie gesagt, nochmal hier hinten immer wieder koppeln. Bis zu fünf Stück mit einem Stecker. Immer so ein Set noch dran, ne? Immer nochmal eins dran, eins dran, eins dran, ein ganzes Set. Und man kann das hier auch weglassen und kann direkt an den Strom anschließen. An Lichtschalter, wie auch immer. Wenn man hier so ein Oberlicht beleuchten will oder keine Ahnung, das als normale Dickenbeleuchtung. Sich einen Sternenhimmel machen will. Genau. So, das Teil hat gekostet 19,95. Wir machen 9,99 Euro als Set. Und wir machen ja, wir werden ja nicht Rambazamba, wenn wir nicht richtig Rambazamba machen würden. Wir machen nicht ein Set. Warte mal. Wir machen jetzt zwei. 19,99. 19,99. Zwei Set. Plus Versand und ein drittes. Gibt's gratis. Also drei Stück für einen Preis von 19,99. Der Hammer. Der Hammer, oder? 19,99. Drei Stück. Oben, unten, hinten, vorne klicken. Und wir wollen jetzt nach Hause. Und es ist auch kalt. Und bis morgen. Tschüss. Ciao. Wst. 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 Vielen Dank.